Ich will es doch ganz kurz machen, bevor wir uns doch alle in den nächsten Wochen totlaufen, sind von der Opposition und von den Spaziergängern Forderungen ausgearbeitet worden. Die werden jetzt vorgetragen. Bitte Peter. Ja, auch nochmal von mir. Hallo Gera, ich bin geflasht, das ist der Wahnsinn, ihr seid der Wahnsinn. Und ja, wir laufen kontinuierlich, Woche für Woche und wir werden Woche für Woche mehr. Und immer tragen wir unsere Banner, unsere persönlichen Losungen und jeder weiß eigentlich, warum er hier ist, aber dennoch kommt immer wieder die Frage auf, wir müssen dieser Regierung doch mal unsere Forderung formulieren. Und wie es der Christian gesagt hat, haben sich da einige Menschen aus der gesamten Breite des Volkes zusammengesetzt und haben ein paar Forderungen formuliert. Jetzt ganz speziell einen 10-Punkte-Katalog an unsere Noch-Regierung. Den Verlust unserer Rechte spüren wir seit Jahren. Wir Thüringer werden seit Jahrzehnten fremdbestimmt. Unser Land ist Raub eines abwechselnd regierenden Parteikartells geworden, welches nicht der